Ich weiß, ich weiß, wir sind ein bisschen spät dran mit Inside Out. Wenn ihr den noch sehen wollt, müsst ihr euch ein bisschen beeilen, um noch ins Kino zu gehen. Aber tut das auf jeden Fall. Inside Out ist der neue Disney- bzw. Pixar-Film, der derzeit im Kino läuft. Wahrscheinlich nicht mehr so lange, deswegen müsst ihr euch eventuell noch beeilen, wenn ihr diesen Film noch im Kino sehen wollt. Wir haben kein Disney-Musical, sondern einen einfachen Animationsfilm, wobei so einfach ist ja gar nicht. Die Struktur oder die Idee, die dahinter steht, ist ziemlich kompliziert. Ein Grund, warum ich diesen Film so mag. Worum geht es überhaupt in dem Film? Also, die Grundidee ist halt, dass in jedem Menschen, wie man ja aus dem Trailer schon kennt vielleicht, in jedem Menschen gibt es ja fünf Emotionen, personifizierte Emotionen, die den Menschen steuern. Wir haben also praktisch, jeder hat im Kopf so ein kleines Hauptquartier, so ein Hauptsteuerungszentrum. Und da sind Freude, Trauer, Angst, Ekel und Wut drin, jeweils als kleine Männchen. Und die steuern eben den Menschen und steuern das, was wir machen. Die äußere Geschichte ist, dass ein, also es gibt nämlich zwei Geschichten, einmal die innere und einmal die äußere. Die äußere Geschichte, die von dem kleinen Mädchen, das gesteuert wird, Riley heißt sie, ist, dass sie im Prinzip eine sehr wundervolle Kindheit hat und dann aber ihre Eltern irgendwann mit ihr nach San Francisco ziehen und genau dieser Umzug, typische Umzug-Horror-Geschichte, kann man so sagen, ist das Problem, das entsteht und mit dem Umzug sind alle nicht zufrieden und die Familie streitet sich. Und ja, das ist erstmal die äußere Geschichte. Die innere Geschichte ist eben diese fünf Emotionen. Ja, die streiten sich nicht unbedingt, aber die steuern halt alle das Mädchen und jeder hat im Prinzip auch seine feste Aufgabe, also Angst sorgt dafür, dass man sich nicht verletzt, Wut sorgt dafür, dass man auch mal ein Schimpfwort sagt, Ekel sorgt dafür, dass man keine Erde ist, Freude, ja, die freut sich halt über alles. Und die einzige, die keine wirkliche Aufgabe hat, zumindest in der Kindheit, ist eben die Trauer. Und da hat sich die Freude, die halt die Hauptverantwortliche, oder sie sieht sich so als Hauptverantwortliche für Riley, hat sich daran gewöhnt, dass Trauer nicht so viel zu tun hat. Und jetzt muss ich wieder zu dem Konzept kurz was erklären. Es gibt Erinnerungen und das sind kleine, so eine Art Glaskugeln, in eben den fünf verschiedenen Farben, wie die Männchen, also die personifizierten Emotionen sind. So gefärbt sind auch die Erinnerungskugeln dann. Und dann gibt es noch, äh, wie hießen sie? Ähm, Moment, ich hab's gleich wieder. Kernerinnerungen. Boah! Boah! Es gibt noch Kernerinnerungen. Das sind auch Glaskugeln in der entsprechenden Farbe, wie die personifizierte Emotion, aber die leuchten noch irgendwie und sind matt, die sehen auf jeden Fall ein bisschen anders aus und es sind die wichtigen Emotionen, die einem Menschen die Persönlichkeit geben, die dieser Mensch hat. Und dann, durch den Umzug, kommt irgendwann zu den fünf Freuden-Kernerinnerungen, die schon da sind, äh, kommt auf einmal eine Trauer-Kern-Emotion, eine Kernerinnerung. Ich hab's schon wieder vertan. Mann, Mann, Mann. Also eine Trauer-Kernerinnerung kommt dazu und Trauer möchte sie natürlich auch einsetzen. Also da gibt's so eine Maschine, da muss man die Kernerinnerung einsetzen und dann kommen so Strahler aus dem Hauptquartier raus und dann entstehen so Persönlichkeitsinseln. Und, also es gibt so... Guckt euch den Film an, das ist ganz kompliziert zu erklären. Auf jeden Fall möchte Freude dann verhindern, dass die Trauer-Kernerinnerungen eingesetzt wird und dann gibt's ein großes Kuddelmuddel und dabei gehen leider alle Kernerinnerungen im Kopf verloren. Die, äh, Erinnerungen, diese kleinen Kugeln müssen nämlich immer abends, äh, ins Langzeitgedächtnis gesaugt werden und da werden halt auch die Kernerinnerungen hingesaugt und dann müssen Trauer und Freude die Kernerinnerungen zurückholen. Und das ist das Abenteuer und dabei, äh, stoßen sie halt im Kopf von Riley auf ganz viele unterschiedliche, supertolle Sachen, die alle, also bis zum Vergessen und es gibt, äh, wir treffen Leute, die, äh, verblasste Erinnerungen entsorgen. Also es gibt so ein Aufräumteam und die, äh, sorgen auch dafür, dass immer wieder ein Ohrwurm abgespielt wird. Das heißt, man kann Erinnerungen halt durch einen Knopf aufrufen und die machen immer so einen Streich, dass sie dann eine bestimmte Werbung und, ach, es ist ganz toll. Schaut es euch an. Ich, äh, ach, es ist, ach, Disney, ach, super, ach. Ihr solltet den Film auf jeden Fall gucken, wenn ihr Lust habt, auf einen toll animierten, farbenfrohen, sehr lustigen Film für einen wunderbaren Abend, den man mit der ganzen Familie oder mit der Freundin oder mit den... Also man kann ihn immer gucken, wenn man Lust hat, gute Laune zu haben. Außerdem sollte man ihn auf jeden Fall gucken, weil das Konzept, das hinter diesem Film steht, einfach so extrem gut, detailreich und durchdacht ist. Also wir haben da alles, es kommt alles drin vor. Von Pubertät bis zu dem, äh, ersten Freund, der total eklig ist, bis zum ausgedachten Freund. Langzeitgedächtnis, es kommt alles, also man hätte nicht noch mehr hinzufügen können, wage ich zu behaupten. Es kommt sehr viel zu diesem Konzept Kopf, was da so an Erinnerungen vorgeht. Da kommt einfach sehr viel vor und das ist extrem cool, sich anzuschauen. Und es führt zu einigen sehr, sehr guten Witzen. Nicht nur für Kinder, sondern eben auch sehr viele für Erwachsene, wie das bei Disney immer so ist. Und ihr solltet den Film auf jeden Fall auch gucken, erstens, wenn ihr Disney-Fan seid oder wenn ihr halt Filme mit vielen Emotionen mögt. Denn wir haben auch hier wieder alles. Wir lachen, wir freuen uns, wir sind auch traurig, wir sind auch angespannt. Alle Emotionen, die man in einem Disney-Film braucht, sind vorhanden. Ich weiß nicht, warum man diesen Film nicht gucken sollte. Freunde, es gibt keinen Grund, einen Disney-Film nicht zu gucken, besonders nicht diesen Film. Natürlich, natürlich. Wenn ihr keine Lust habt, gute Laune zu haben, solltet ihr den Film nicht gucken. Wenn ihr keine Lust habt, zu lachen, solltet ihr den Film nicht gucken. Okay, man muss auch Abstriche machen. Natürlich weiß man von Anfang an, wie dieser Film ausgehen könnte. Wir haben fünf Inseln, diese, wie ich schon gesagt habe, diese Persönlichkeitsinseln, davon gibt es fünf Stück. Und weil die Kernerinnerungen verloren gegangen sind, fallen die in sich zusammen. Und die fallen nacheinander zusammen. Das heißt, man weiß auch von Anfang an, der Film ist erst vorbei, sobald die letzte der fünf Inseln in sich zusammenfällt und sie werden, während die Insel zusammenfällt, über diese Insel zurück ins Hauptquartier flüchten. Das weiß man natürlich, klar. Es ist aber auch ein altes Disney-Film, da darf die Story ein bisschen einfacher sein. Und wir haben einfach sehr viele Details, die dazukommen, die das wieder wettmachen. Man muss aber auch sagen, hier und da ist diese Logik, die der Film mit seinem Konzept erarbeitet, nicht ganz konsequent. Also, wir haben in unserer Hauptperson Riley sowohl weibliche als auch männliche Emotionen. In allen anderen Charakteren, die vorkommen in dem Film, haben wir nur, also wenn zum Beispiel die Mutter hat nur weibliche Emotionen und der Vater nur männliche Emotionen. Weil die Emotionen in Riley halt die Hauptcharaktere sind des Films, hat man da wahrscheinlich für ein bisschen Ausgleich gesorgt, damit es nicht nur, ja, damit es kein wilder Hühnerfilm ist vielleicht, ich weiß nicht. Und, ja genau, an dieser Stelle ist die Logik im Film ein bisschen nicht zu Ende gedacht oder ein bisschen nicht konsequent durchgeführt. Das stört aber überhaupt nicht. Also, das stört wirklich nur, wenn man was sucht, was stören soll. Wie gesagt, schaut ihn euch einfach an. Wenn ihr es nicht mehr ins Kino schafft, holt ihn euch einfach auf DVD oder auf Blu-Ray. Auf Blu-Ray ist besser natürlich. Aber guckt ihn einfach. Es ist toll. Wir sind, ich weiß nicht in welche Kamera ich gucken soll, sowohl live auf Periscope in der Endcard von der Inside-Out-Review und natürlich in der Endcard von der Inside-Out-Review. Ist das nicht Multi-Voll-Meta-Hammer? Ey, ihr könnt da und ihr nicht, aber ihr könnt unten zwei Videos klicken und auf Abonnieren und Liken und sagt mir, was ihr vielleicht noch gerne gesehen hättet in den Inside-Out als an anderen Details. Mir fällt nichts ein, was ich noch hätte sehen wollen. Mir fällt nicht. Mike, du winkst wirklich sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön, Kastor. Ja, ich hatte auch mal einen Kurs belegt bei der VHS. Ja. Und zwar. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr in Inside-Out gerne noch als Erinnerung oder irgendwas, Element gesehen hättet. Wenn ihr ihn schon gesehen habt. Wenn nicht, geht rein. Superfilm. Ich kann direkt bis zum Tschüss weiterwinken. Tschüss. Tschüss.